Okay, ganz ruhig. Hallo und willkommen zu Assassin's Creed 4. Huch. Nein. Ich bin schon ganz voranlose. Ahahahah. 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 Ja, okay. Okay. Runter. So weit, so gut. Stehen Sie auf. Ich komme jetzt ernsthaft im Tutorial nach dem Tutorial. Bon. Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Mein eigener Vibrator. Test. 1, 2, 3. Hallo. Bonjour. C'est bon? Klappt es? Okay. Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben. Aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie sind unterliegen. Ich sage uns, wenn wir da sind, sind wir da sind, sind wir da sind. Rett doch mal weiter. Ich komme mich erstmal hier um. Hm. Sieht aus wie das Hauptmenü. Naja, ist ja okay. Ich komme ja schon. Warum ist die FOV so scheiße? Holy shit. Ist ja gefühlt 50. Ist ja schlimmer als der neben Bethesda-Titel. Aha. Ist das immer eine sehr interessante Einrichtung. Na, Schnucki? Was ist denn dein Geheimpin? Oh, Konto nicht gedeckt. Oh, das ist ja blöd. Ja, scheiße gelaufen, ne? So sieht unser Bankortemort auch aus. Hast du schon mal diesen John gesehen? Dem Typen aus der IT? Hendry? Ja, glaube schon. Er ist total arrogant. Hörst du es mal aus und wieder eingeschaltet? Er sorgt ja nicht bei nem Problem. Haha, genau. Hm. Wo stecken Sie denn? Ich bin hier, du blöde Schlampe. Ich komme mich auch mal als Mal. Hallo. Ah, hier ist die Toilette. Was bin ich denn heute? Weiblich oder männlich? Ich glaube, ich bin weiblich. Was gibt's auf dem Klo, hä? Was sind düstere Geheimnisse? Düstere Geheimnisse ist, dass nicht gewischt wurde. Hallo? Doch laufen? Ja, so ein bisschen. Aber ich... Ich komme gleich, versprochen. Ich muss nur eure dunklen Geheimnisse auf der Toilette finden. Hm. Okay. Wird dieses... Gebäude noch mal ne Bedeutung haben? Oder ist das jetzt einfach nur so? Guck mal. Äh, lol. Es ist ins Klo. Ein Buch. Hä. Ich weiß gar nicht, ob es das so als Buch gibt. Hallo? Doch laufen? Ja, hab ich. Und du? Hast du wohl denn damit? Wenn du mir hier so eine Welt vor die Füße kackst, dann gucke ich mich natürlich auch um. Und zwar nämlich da, wo ich nicht sollte. Hallo? Darf ich raus? Lass mich raus. Ich hätte hier gefangen gehalten. Ich darf hier nicht mehr Hunde haben, ja? Mann, 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 Mann. Er ist ja gewonnen. Ich bin ja schon wieder hier. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum sechs Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Echt? Warte, das sind die, die auch das Spiel gemacht haben und die sich in das Spiel reingehauen. Wow, das wird wirklich alles verändern. Warte, das ist das. Ein Tablet war jetzt nicht gespielt, ja. Wait a moment, bist du nicht? Okay. Magnifique? Ich möchte aber nicht so viel ficken. Ein Tablet, geil. Ich wollte schon mal mein Tablet haben. Ich habe mein eigenes PDA. Yeah, PDA, PDA, PDA. Wie schalte ich ihn denn ein? Ich habe das halt nicht. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universal-Schlüssel. Okay. Angestelltenausweis. Aha. Ich bin etwas verwirrt, aber okay. Ich habe ja auch noch fucking Fische hier drin. Aber seid ihr denn für abgehobene Bastarde? Tja. Oh man. Selbstbeweihräucherung Matsch? Oder? Wie darf man das verstehen? Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Nein. Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio. Zweiter Stock. Enter. Das wird es in Deutschland niemals geben, weil wir noch in der Steinszeit leben. Bereit? Dann los. Okay. Okay. Ah, unser Boss, Olivier Garneau, unser CTO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen? Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17. Die Kenway-Linie. Hazem, Connor... Edward, der Pirat. Ah, ahoy, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. Sehr bon. War mir ein Vergnügen. Ah, du bist gekündigt. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Bist du tot? Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir Ihre eigene Animus Workstation. Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Oh, yeah. Ich sehe Sie denn später. Viel Spaß. Halt, stopp. Da ist ein QR-Code. Den will ich scannen. Ich hoffe, es ist ein Virus. Das wäre so ein Witz, wenn das einfach ein QR-Code wäre, zu Rickwall. Na gut, ja, dann gehe ich mal in mein Animus rein. Das ist sehr merkwürdig hier, was alles so passiert. I guess. Das darf ich mir auch nicht angucken. Warum auch dunklen kann ich mich auch nicht? Jetzt empfinde ich mir das mit malen zu verstehen. Willkommen zu Animus Omega. Ach, bitte kein Tutorial. Das ist ein Proprietäres Erinnerungs-Erforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin, Melanie LeMay. Wir wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal. Extra-neurale Transmitter aktiviert. Okay. Bitte kein Tutorial, bitte kein Tutorial. Ist das Havanna? Das ist unscharf. Eine Maschine ist scheiße kalibriert. Ich möchte den Techniker sprechen. Assassins Creed 4 Black Fluck. Ja, das habe ich schon. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. So, so. Havanna, Kubaner. Äh, Kuba. Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen acht gehen. Ne? Hm. Der Typ ist ja mir echt ein bisschen behindert, aber das ist ja mir auch lustig. Speichern. Verrückt, dass England und Spanien vor zwei Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handele mit Spaniern, als wären es meine Vättern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ähm, ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben, im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Aha. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Real. Real heißt die Währung. Das finde ich aber nicht sehr real. Ich hätte lieber Aldi bevorzugt. Gott, was bin ich witzig. Ja, er hätte eben irgendwas erzählt von wegen optionaler Missionsziele, aber er hat mir keine Ahnung gezeugt, deswegen... Hier ist eine Katze. Oh, ich kann die Katze nicht anfassen. Ah, noch so ein Rückschritt. Wovon redest du? Ich habe keine Messer zu mir. Hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, danken. Eine wie ihr habt. Rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei Teufelskerle. So, ja, entschuldigen, lustig. Dann lei mir ein paar realen, Mann. Ich habe dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Will ich Schwandern besuchen? Hola, Caballero. Como esta? Ich spreche nicht an der Sprache. Schwert Z, ein Pirat bin. Nein, Schwert ist kein echter Pirat. Das stimmt allerdings. Jagdbeute kaufen. Sie haben nichts zu verkaufen. Bist du dir sicher? Ja, ich habe ziemlich viel zu verkaufen, glaube ich. Ähm, wenn man das mal so sagen darf. Aber, naja, gut. Kaufen wir halt nur Schwerter. Kling aus Toledo. Die habe ich jetzt mit dem Zahn. Die soll ich eintauschen? Gegen britische Entermesser. Warum? Wenn ich fragen darf. Ja gut, das Offizierkurschwerter ist scheiße. Ja, das gebe ich zu. Ja, fuck it. Ich kaufe es einfach fertig. Ich muss es ja scheinbar kaufen. Das passt schon viel besser. Wie lief es bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Oh, Herr Jemine. Ich habe uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ach, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Das klingt gut. Die Spitze der Kirche. Na, dann setzen wir unsere Fähigkeiten nochmal sinnvoll ein. Und klettern hier hoch. Dankeschön. An jedem Finger einen Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Aber bedenke doch den Haken an dem Haken an der Hand. Huch. Nicht so weit, Kumpel. Reicht, wenn du hier rauf gehst. Geld werfen. Ja, wahrscheinlich. Ui. Synchronisieren. Welcome to Havanna, my friends. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Nur, ob der Resistanz gut im Flogen. Fahra, fahra. Halt durch. Woher hat mich ausgeraubst? Guter Gott, was soll ich tun? Ich kann nicht atmen. Mein Herz. Halt, oder ich breche dir die Knie, wenn ich dich kriege. Ja, nur die Knie. Das ist ja noch sehr nett. Ja, ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich nicht wusste, ob das Spiel vielleicht was Besonderes von mir verlangt. Du Hundsfot. Was ist denn Hundsfot? Du hast den falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch was anderes machen soll. Wir wollen ja schließlich 100% erreichen, na, hust, hust. Na gut. Ein Dieb weniger, na. Obwohl, das ist ja eine komische Ware, die ich kaputt gehe. Nur Dickerschen. Danke, Weizzeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Na? Wir sind am Ziel. Gelb Rock. One for all. Hey, Musik. Zeit für ein Koppelwadztwerk. Das ist dir Zeit, ich warte hier. Was denn? Ein Waliser, hier mitten im Kanackenland? Genau, Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich widerruft. Zum Glück hat King George einen Pisspott wie dich unter seiner Flagge. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein vorlautes Maul, sonst stopfe ich es dir. Verstanden? Edward, oder? Edward mit den Scherenhänden. Du Bastard! Hey, ich hab ihn gewarnt. Aua. Meine schöne Nase. Ja, es gibt Schläge, wie ich sehe. Du willst deine Abreibung? Ich geb dir eine. Okay. Gibt's ja auch spezielle Konto, auf die man lachen muss. Oder werden die sich einfach überhaupt nicht. Kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Können Vögel dicker haben. Wir gehen dazu werfen, drücken sie E, um zu kontern, dann erneut E. Ah, okay. Und dann auch noch Leertaste. Junge, Junge. So viele Kombos, die ich mir werden muss. Oh, ihr wollt aber Ralle ausmachen, oder? Ich wollt ihn wegwerfen, nicht wegschubsen. Ja, ist nicht. Volle Konzentration. Ja, boy. Was willst du von ihm, na? Oh, ich hab mich geschlagen. Ich wollt schon sagen, was bringt das denn, wenn wir die Weckverhüftung haben. Allein die Geldbrücke. Ich lass mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Pero Inglés. Was? Rauchbombe, wählen sie die Rauchbombe mit 5 aus, drücken sie F, um sie anzuwürzen. Rauchbombe, komm doch nicht. Okay. Rauchbombe, tschüss. Ich hab euch weggeraucht. Ha. Mach das. Spricht ruhig weiter an deiner Sprache, die ich nicht spreche. Oh Gott, spreng doch. Aber die haben doch angefangen, Mama. Ich bin doch unschuldig. Unschuldig wie ein Lamm. Hab ich nicht gesehen. Im Kanakenland. Das fand ich gut. Ja, ne? Ich verstecke mich im Brunnen. Ich frage mich, wie tief der Brunnen geht. Also hier hab ich keinen Bock, was daraus zu finden. Muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter aus dem Gebiet raus? Ich glaube, das wird... Dankeschön. Ich glaube, das wird actually das Problem sein. Dass ich nicht weit genug aus dem Gebiet herausgegangen bin. Ich schlingel. Danke dafür. Hui. Das ist wieder eine weitere Shanty-Note. Kann man die einfach so einsammeln? Ne, dann muss ich wieder verfolgen. Kommt zu mir. Mission beendet. Mann, sogar die optionalen Ziele geschürft. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Jetzt fällt es an sie einfügen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das kann man hier toll sehen. Äh. Achso, okay. Verstehe. Diese Erinnerung bewerten. Echt? War ganz okay. Hahaha. Als ob das irgendjemanden interessiert. Hä? Ich will sonst nicht mehr von den Entwicklern, ne? Ich hab die fucking Seite nicht mehr gekriegt. Toll. Da kommen sie später. Oh Gott. Geh doch einfach runter. Wer ist er denn? Pirat! Rent um euer Leben! Oh, bist du ein Pirat? Oh Gott, dann sollten wir dich wohl auslöschen, ne? Ja, ich darf hier nicht oben sein, aber ihr schon. Ich bin der Pirat, nicht nur ein Pirat. Ich hab euch nichts getan, Sir. Das stimmt. Und deswegen hab ich dich auch nicht angerufen. Darf ich dich vom Dach schubsen? Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, geil. Selber Idiot. Komm her, komm, 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 komm. Ja, und... Ich hab ihn nicht umgebracht. Die Schwerkraft hat ihn umgebracht. Nicht meine Schuld. Mann, das war doch mal... ein ereignisreicher Tag. I'm not quite sure what to think about this. Danke, ich brauch gar keine Tänzer. Ja gut, äh, oh mein Gott. Dann mach ich erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Äh, wenn wir wahrscheinlich erstmal ein paar Sachen einsammeln werden, sollten wir nicht zufälligerweise in eine Mission reinschlaupern. Bis und nächstes Mal. Tschüss.